Kennt ihr dieses Beispiel der Flasche? Ne? Okay. Was kostet die Flasche? 1,50 Euro, oder? Hier am Kiosch hier vorne kostet die 2 Euro, oder? Düsseldorfer Flughafen, 3 Euro. Im Flugzeug, 4 Euro. In der Schweiz, 5 Euro. Ja. Verschiedene Preise, aber was bleibt immer gleich? Jamie? Der Inhalt, ja, das Wasser. Was noch? Die Größe und Verpackung. Die Größe und Verpackung, Tom? Die Flasche an sich. Das heißt also, der Wert, der bleibt immer gleich. Und bei uns ist es genauso. Manchmal sind wir auch an so einem Ort, da werden wir nicht wertgeschätzt. Da kommen Menschen und sagen, du bist so klein, du bist so doof, hier, Tom, du Loser. Manchmal sind wir an so Orten, wo wir nicht wertgeschätzt werden. Manchmal sind wir an Orten wie hier, wo Leute kommen plötzlich und umarmen uns, geben uns Kraft, sind da für uns. Aber egal wo, unser Leben ist genauso. Es wird genauso weiterlaufen. Auch nach heute. Ihr werdet an Orte kommen, wo euch Menschen wertschätzen und wo euch Menschen nicht wertschätzen. Das ist das Leben. Das passiert uns genauso. Michelle passiert es genauso. Aber eine Sache wird sich auch niemals ändern, egal wo ihr seid. Wisst ihr was? Euer Wert. Dein Wert. Unfassbar wertvoll. Unfassbar wertvoll jeder hier. Und egal wo ihr seid, euer Wert wird sich auch niemals verändern.